Wir sind auch schon drin, erster Band, Cassio Payer, guter Midlaner, guter ADC, guter Toplaner, einfach guter Champion, deswegen guter Band. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, nächster Band, Jorik. Guter Toplaner, guter Midlaner. Ja, Midlaner kann man glaube ich auch spielen, aber ich denke mal, Jorik ist ein super Toxic Toplaner, weil du halt einfach die ganze Zeit Split pushen kannst und als Gegner hast du meistens keine Chance, weil er ja quasi immer 2 gegen 1 ist, wegen seiner Ultimate, die zählt schon irgendwie so fast als Champion, die macht sehr, sehr viel Damage, deswegen Jorik, ein guter Band. Ja, danach haben wir einen GP gesehen, GP jetzt nicht mehr so großartig vertreten, wie vielleicht von einem Jahr noch, aber trotzdem natürlich mit der Orange auf der W kann man dann noch ein oder andere, den einen oder anderen Spell, ja, wie nennt man das, dem einen oder anderen Spell entgehen. Dann sehen wir noch einen Jorwin. Ja, auch glänzen oder, ja, ja, würde ich schon sagen. Und noch einen Jorwin, genau, und auf der anderen Seite Warwick und Nunu tatsächlich. Ja, sehr gute Jungle Buns, weil sie einfach gute Jungler sind, sind es gute Jungle Buns? Nein. Das sind Analysen heute, Alter. Ja, sind gut, ne, ich meine, Jorwin ist so ein Jungler, der ist irgendwie immer vertreten, weil er halt einfach super viel Damage macht durch seine Passive, dieser erste Auto-Attack, da denkst du dir so, ja, der macht eigentlich gar nicht so viel Damage. Also, bam, bam, latscht da alles weg und Warwick ist halt einfach super simpel und du drückst Ult und der Gegner hat gar keine Chance. Deswegen Warwick, auch ein guter Bun und um den Nunu auch noch gut zu reden, ich glaube, jeder hat diesen Nunu Gang schon gesehen, wo man ihn nicht sieht und dann kommt er plötzlich angerannt. Mit dem Ball. Mit dem Ball, mit dem Schneeball, mit dem super großen, übergroßen Schneeball oder so heißt das, glaube ich. Gehen wir noch kurz auf die Picks ein, wir haben hier eine Xayah gepickt und auf der anderen Seite Syndra, Lulu, beide Picks, wahrscheinlich ADC Position, Syndra auf Botlane auch sehr stark, Lulu vor allem ein sehr, sehr stronger Supporter, deswegen Lulu auch guter Pick. Genauso auf der anderen Seite Sejuani, Xayah auch stronger Pick, Xayah wahrscheinlich sehr gut mit Rakan, also wenn hier der Rakan eingeloggt wird, wäre das natürlich die perfekte Kombo. Und die Seju ist ein grundsolider Jungler, hat viel CC, ist super tanky, deswegen Seju, ich hab's heute mit Seju. Sehr schöner Pick, wolltest du sagen. Ja, ich wollte sagen, deswegen Seju ein sehr guter Pick und dann habe ich an Leona gedacht, wegen dem letzten Game. Wird dann schwierig, den Satz auszusprechen. Auf jeden Fall sind wir die Xayah nicht gepaart mit einem Rakan, wie du es vorher gesehen hast. Hast du dich vielleicht ein bisschen verguckt, du musst mal deine Brille putzen. Ey, wurde noch nicht gepickt. Ja, aber du hast es versucht. Ich hab's versucht zu prädikten und wir sehen auch die Syndra nicht auf der ADC Position, sondern wahrscheinlich die Wayne. Ebenfalls richtig. Ja, ein bisschen, ja. Auf jeden Fall gepaart mit einem Nautilus, um jetzt den Satz zu beenden. Trotzdem eine nicht gerade weniger starke Botlane auf der anderen Seite, Lulu Wayne, wie wir es gerade angesprochen haben und eine Syndra auf der Mitte sehr confident geförstpickt. Ja, Midland First Pick ist irgendwie, glaube ich, so eine Sache, die manche Midland überhaupt nicht mögen. Die regen sich dann immer auf. Deswegen, wie du gesagt hast, sehr confident und vor allem auch sehr mutig, weil du hast viele Champions, die gut gegen Syndra zum Beispiel sind. Deswegen wahrscheinlich auch der First Pick sehr riskant. Aber es kann natürlich wieder mal funktionieren, wenn man auf Syndra sehr confident ist, wie du es gerade eben schon erwähnt hast. Und deswegen wahrscheinlich gar nicht so schlecht, der First Pick. Ja, Syndra, First Pick eigentlich immer so die Sache von den fünf Friends gewesen. Das haben wir fast in jedem Game gesehen, wenn Syndra offen war, dass man die hier First Pick eingeloggt hat. Also es ist wirklich Geschmackssache, ob man die jetzt nimmt oder nicht, wie du schon gesagt hast. Jetzt in der letzten Bann-Face tatsächlich schon angekommen, auf Seiten von ESE Bus hier einen Ornn und einen Vladimir rausgenommen. Auf der anderen Seite von ESE Q einen Zack und einen Mordekars. Ja, alles grundsolide Champions. Ich glaube, Ornn ist einer der strongsten Top-Liners, die es überhaupt gibt, weil er halt einfach diese Tankiness mitbringt. Den CC und vor allem auch diese Upgraded-Items sind super, super strong, vor allem im 5 gegen 5, wenn die Games länger dauern. Und ja, die Games dauern meistens länger, wenn die Spieler besser sind. Deswegen Ornn, guter Bann. Ja, auf jeden Fall ein guter Bann, genauso wie Mordekaiser, der ja immer effektiv ist. Egal, ob der jetzt intet oder komplett insane steil geht. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall erstmal in Hikerim Jungle. Das sieht man mit der Zeit immer öfter. Die Leute kommen anscheinend auf den Geschmack, den zu spielen. Jetzt ist es auf jeden Fall sehr stark, was das Gang-Potential angeht. Auf jeden Fall sind wir ziemlich gut dabei. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt eine Poppy. Auf die Toplane musste man sie jetzt blind picken, weil eben der Toplane-Pick sich auf der Seite von ESE-Bus gut aufgehoben wurde. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Mitglieder. Ja, und der kann jetzt hier gut Counterpicken gegen die Sünder. Aber man hat natürlich, wie du schon gesagt hast, den Counterpick auf der Toplane abgegeben. Den musste man abgeben. Deswegen Poppy hier blind gepickt. Aber ich denke mal, auch Poppy Blind-Pick ist total solide. Du hast eigentlich wenig Tramets, die super strong gegen Poppy sind. Du hast viele Mages, die gut funktionieren gegen sie auf der Toplane. Aber ich denke mal, du wirst hier wahrscheinlich eher einen Toplane-Tank einloggen wollen. Und Tank-Matchups sind eigentlich meistens immer ihnen für beide. Ja, Tank-Matchups sehr, sehr stumpf. Da wird dann erstmal 15 Minuten nur auf sich rumgekloppt. Apropos auf sich rumkloppen. Den Trundl, Alter. Mein Englisch ist heute so on point. Den Trundl eingeloggt tatsächlich. Und man schickt den Lich in den Jungle und die Vayne auf die Toplane. Wäre auch lustig gewesen. So, da sind wir auch schon in-game. Und wir sehen hier keinen Invade, wie der Niki callen würde. Wir sehen hier einfach gutes Anti-Invade-Potenzial von beiden. Deswegen Anti-Invaden sie beide. Ja, wir hatten eine kurze In-Game-Pause davor tatsächlich. Die Maus war kaputt. Das ist natürlich sehr hoch. Du bist ja schnell zum Mediamarkt gefahren, hat sich eine neue gekauft. Genau so wird es passiert sein. Genau so wird es passiert sein. Haben wir auch offensichtlich gefixt. Alle Champions bewegen sich recht flüssig. Von daher. Vielleicht spielt er auch jetzt mit Controller oder so. Ja. Das geht ja, ne? Ja, aber stell dir mal vor. Stell dir mal vor, die würden dann noch gewinnen. Das wäre crazy. Aber stell dir vor, du könntest mit Controller spielen und dein Champion wirklich steuern mit deinem Joystick. Und du müsstest nicht die ganze Zeit klicken. Sondern dass er wirklich immer läuft, wenn du den Joystick bewegst. Dann wäre es wirklich echt cool. Dann könnte man sich überlegen, ob man nicht wirklich mit Controller spielt. Ja, dann kannst du mit dem anderen Stick, kannst du dann die Skillshots aimen. Dann musst du halt mit fester Kamera spielen. Oder du... Weil irgendwie musst du ja deine... Oder, ne, deine Skillshots fliegen dann halt wirklich immer in die Richtung, wo du stehst. Ja, machen sie ja sowieso. Ja. Also, dein Champion dreht sich dann schon dahin. Aber wenn du jetzt nach hinten huckst... Ja, okay. Es wäre doch nicht so gut vielleicht. Aber es wäre natürlich eine coole Idee gewesen. Es wäre keine schlechte... Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wenn man den Champion bewegen könnte mit dem Stick, wäre das eine leute Sache auf jeden Fall. Ich meine, wenn du zwar deine Maus bewegen kannst, aber dann die ganze Zeit irgendwo auf eine Taste drücken musst, damit er da hinläuft, ist es, glaube ich, nicht ganz so geil. Das ist richtig. Das wäre nicht so lit. Jetzt sehen wir aber den ersten Engage vom Trunnel tatsächlich. Macht da doch gut Schaden, aber schöner Huck hier auf die Lulu. Ich wollte es schon ansprechen. Die steht sehr, sehr weit vorne. Dass sie da nicht früher gepunischt wurde, überrascht bin ich ein bisschen. Aber jetzt hat man sie dafür gepunischt. Aber auf der anderen Seite hat man auch gut Damage auf die Xayah durchgebracht. Von daher ein ziemlich evener Trade. Ja, man pusht hier sehr stark rein auf der Seite von ESB, um hier den ersten Damage auf den Tower zu bekommen. Und das muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich dachte meistens, dass Xayah doch gute Lane Pressure immer haben kann, vor allem mit einem Nautilus. Deswegen die gepushte Wave einfach, um vielleicht hier den Gank von der Sejuani zu forcen, dass die halt schneller auf der Lane sein kann und sie ein besseres Gankpotenzial hat. Also da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, ob die hier vorbeikommt. Ja, so sieht es aus, Jonathan. Genauso sieht es aus, um mich mal kurz selber zu zitieren. Aber jetzt erstmal die Sejuani auf der Botlane mit dem Gank am Start. Aber, du hast es prediktet, sehr gut, aber nicht erfolgreich. War doch ein bisschen schneller weg als gedacht. Und jetzt kommt der Nautilus-Huck. Sehr schöner Hook hier auf die Lulu, wie du es schon angesprochen hattest. Aber der Damage reicht noch nicht ganz. Ich bin mir ziemlich sicher, hätte man da wirklich committen wollen, hätte man sie gekillt. Aber ist dann die Frage, wie der Trade ausgegangen ist. Aber so wartet man einfach wieder, bis man einen Hook ab hat. Ignite ist drauf, das sollte nicht reichen. Level Up kommt raus. Die Sejuani ist noch da, jetzt muss ESB aufpassen. Aber der Hikarim ist auch im Jungle, wurde gespottet, denke ich mal. Von daher zieht man sich hier von Seiten von beiden Jungler wieder zurück. Ja, aber ich meine, du wurdest jetzt schon dreimal gehuckt auf der Seite von der Lulu. Und da musst du doch irgendwann einfach merken, dass du zu weit vorne stehst. Das war jetzt nicht ganz so gut gemacht von der Lulu. Ist natürlich vielleicht auch einfach nicht Absicht gewesen, sondern einfach unvorsichtig. Sie ist jetzt hier schon wieder sehr weit vorne. Der Nautilus hat Hook ab. Deswegen muss man hier wirklich aufpassen, wie du es auch schon gesagt hast. Die ist hier sehr weit vorne, ist sehr low, hat keinen Flash mehr, hat noch Heal zu verfügen. Aber hat eben keinen Flash mehr. Deswegen, Lulu hier sehr, sehr in Gefahr. Ja, die steht wirklich wahnsinnig weit vorne. Spielt auch mit Heal tatsächlich. Die Bane spielt mit Glance. Jetzt haben wir eine kleine In-Game-Pause. Das heißt, wir swoppen wieder auf uns zurück. Vielleicht hat der Media Markt da eine schlechte Maus verkauft. Und der muss dann nochmal hinfahren. Immer noch die Maus, ja. Vielleicht steht Lulu vielleicht deswegen so weit vorne. Aber sie hat sich bewegt, ne? Ja, sie hat sich eigentlich schon bewegt. Wenn du weißt, dass deine Maus nicht gescheit funktioniert, glaube ich, stellt sie dich nicht so weit nach vorne. Also I don't know. Aber wir haben auf jeden Fall die Info, dass die Maus immer noch nicht funktioniert. Natürlich sehr, sehr unglücklich. Das kann jetzt natürlich in eine wahnsinnig lange Pause ausarten, wenn sich das Ganze nicht behoben kriegt. Ja, vielleicht muss auch einfach einer schnell von seinen Kumpels vorbeifahren. Es gibt ja genug Mitspieler bei ESE. Vielleicht fährt einfach einer kurz vorbei, nimmt die Maus mit und gibt sie seinem Kollegen. Das wäre natürlich auch eine coole Sache hier, um den Zusammenhalt zu stärken. Aber die Maus ist wieder da. Mediamarkt hat ja ein Angebot. Deswegen geht es auch jetzt hier weiter. Ja, Gott sei Dank müssen wir jetzt hier keine 20 Minuten warten, bis er wirklich zum Mediamarkt gefahren ist. Anscheinend geht es wieder. Wir sind wieder Back in Action. Und was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass die Lulu Heal dabei hat und die Wayne hier statt Heal oder Exhaust tatsächlich mit Cleanse spielt. Eine dumme Entscheidung. Genau, wie du es schon gesagt hast, das wahrscheinlich sehr, sehr gut ist gegen den Nautilus und Xayah. Die Xayah hat natürlich auch sehr viel CC. Also für einen ADC ist es schon gut, mit einer Fähigkeit CC'n zu können, die nicht die Ultimate ist. Also viele andere ADCs haben natürlich auch CC-Spells, aber meistens mit der Ultimate. Ash Arrow, Varus Arrow und dann gibt es auch schon weniger, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Wenn du hast vielleicht noch mit dem Gin, dann W kann auch Stunnen oder Rooten, besser gesagt. Ja, das ist schon nicht schlecht. Also unter dem Strich eitigen wir uns darauf, dass Cleanse eine gute Entscheidung war hier auf der Wayne, auf jeden Fall. Und wichtig, dass man, also kommt immer darauf an, ich als Supporter nehme ziemlich ungern Heal mit, weil das bringt mir recht wenig, weil ich spiele dann zweimal mit Heal-Gefühl. Und da habe ich es einfach, du musst, wenn du Heal musst, musst du das unterbewusst machen. Und ich exhauste dich unterbewusst oder ignite unterbewusst sein. Ich muss da erstmal dran denken, dass der Heal drauf ist, jetzt ist aber erstmal der Hook drauf. Auf der Mitte angesprochen, das glänzt, auch auf der Sünder dabei, wurde jetzt gezogen, die muss hier tanzen. Aber man hat hier keinen Mahn auf Seiten von Vaigar zur Verfügung, um hier den Kill zu holen. Trotzdem ein schöner Roam hier vom Nautilus. Ja, hat hier das Glänz gezogen von der Sünder, die jetzt hier noch gut rausgekommen ist. Hat noch nicht flashen müssen, aber ist jetzt erstmal in der Base. Der Vaigar kann jetzt hier ein bisschen frei pushen, um sein kleinen Farmdefizit wieder aufzuholen. Genau so ist es. Aber auf der Top-Land sieht das hier jetzt sehr, sehr unangenehm aus für die Poppy tatsächlich. Kriegt ihr doch ordentlich Damage ins Gesicht, kann ihr die Trades nicht gut gewinnen. Gewinn ist jetzt Level 6 tatsächlich. Der Trundle ist schon etwas länger Level 6, hier auch mit 7 CS tatsächlich vorne und hier permanent am Rein pushen. Er hat einfach die Möglichkeit mit dem Q auch noch besser zu pushen als die Poppy. Sie hat zwar auch ihr Q, das ist auch sehr gut im Wave Clear, aber das Q von... Ein schöner Hook hier vom Nautilus. Die Ult ist noch nicht zur Verfügung, er ist erst Level 4 tatsächlich. Und da ist die Lulu auch am Start und kann hier den Engage nochmal abwenden. Ja, man hat es hier probiert auf der Bot-Lane nochmal gut zu engagen. Die Opportunity gesehen, dass der Drake gemacht wurde und dass die Lulu nicht da war. Deswegen schöner Engage vom Nautilus. Jetzt ist aber erstmal die Sejuani hier da. Wird schon fleißig gepinkt für den Engage. Schöner Flash vom Nautilus hier nach vorne. Aggressiv. Und damit sollte man die Lulu ziemlich einfach abholen können und der Hook wurde sich aufgespart für die Wayne. Und mit der Sejuani Passive kann hier der nächste Kill geholt werden. Man gibt den Kill sehr sehr schöner an die Xayah ab. Double Kill hier. 2 zu 0. Ja, das war aber auch schon sehr knapp hier, dass die Xayah den Kill noch bekommen hat. Aber sehr schöne Kills hier für Xayah. Guter Gang von der Sejuani. Ja, wirklich gut gemacht. Das schauen wir uns im Replay gleich nochmal an. Bitteschön. Ja, da sind wir auch schon drin und sehen hier den Gang von der Sejuani. Nautilus Hook ist noch nicht benutzt. Der wird jetzt hier benutzt für die Wayne. Also man hat den sehr schön aufgehoben, wie du schon gesagt hast. Der Stunt von der Sejuani noch wichtig. Im Flash von der Xayah nach vorne und der letzte Autotech reicht aus, um den zweiten Kill sich zu sichern. Ja, hat man sehr sehr gut gemacht unterm Strich. Also guter Gang. Auf der Toplane hat jetzt der Trundle hier schön die Wave ein bisschen angefreezed. Um das mal so zu nennen. Das hat nicht ganz gereicht für den Freeze. Aber er kann da gut die Wave auf jeden Fall für sich stacken und dann schön abholen. Was natürlich für die Poppy, wenn sie die Lane eh verliert, oder was heißt verliert, was das Pushen geht, im Nachteil ist, nicht so angenehm ist. Und jetzt sehen wir auch schon, was er machen kann. Und zwar hat er sich gerade in den Busch gestellt, hat ein bisschen getrappt. Und jetzt hat er die Wave eben sehr nah bei sich, was sehr angenehm ist. Ja, dadurch verliert Poppy natürlich sehr sehr viele Minions. Sie hat jetzt hier glaube ich schon zwei Stück verloren. Und Poppy ist sowieso schon ein bisschen im Defizit, wie du schon gesagt hast. Sehr gut gemacht von Trundle hier. Und vor allem auch einfach, weil er mehr Damage hat, kann er die Poppy natürlich deutlich besser punishen, wenn sie jetzt hier für die Minions geht. Aber man muss natürlich auch immer aufpassen. Poppy ist mittlerweile schon mit zwei Cloth-Armos sehr sehr tanky. Und vor allem hat sie auch ein Ruby-Crystal, also Poppy darf man jetzt nicht unterschätzen. Die macht vor allem auch super viel Damage, obwohl sie keine Damage-Items hat. Aber Trundle mittlerweile auch mit dem Vampire hier dabei, kann gut, also kriegt viel Lifestyle dadurch. Das ist ja das, was das Item letztendlich dann doch macht. Der Hickering schon Level 6, aber die Botland von ESQ ebenfalls, aber von ESB noch nicht. Es ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass man da ein bisschen hinterherhängt. Zumindest die Lulu hängt da noch ein bisschen hinterher im Vergleich zum Nautilus. Aber das sollte sich jetzt nach diesen drei Minions doch gegeben haben, dass man hier auch Level 6 wird. Nein, tatsächlich nur nicht. Nur nicht Level 6. Und der Trundle kann sich hier einfach ziemlich frech das erste Plating sichern. Ja, und es liegt einfach daran, dass er sehr, sehr gut die Lane pusht. Und dadurch kann man natürlich auch eine Lane gewinnen. Wenn du gut pusht, kannst du viele Minions haben, die natürlich auch mehr Damage am Tower machen. Und das macht der Trundle hier sehr, sehr gut. Aber man muss sagen, er hat auch gerade sehr, sehr wenig Mana und muss hier aufpassen, weil die Poppy doch gut dabei ist. Die pusht jetzt aber gerade rein. Jetzt schnappt sie die Falle quasi zu. Aber auf Botland geht es genauso weiter. Die Lulu immer noch nicht Level 6. Die Sejuani ist zur Stelle, genauso wie der Hikarim auf der Toplane. Es sollte der Kill werden auf der Toplane. Die Frage ist nur, wie schaut es jetzt Botlane aus? Nautilus, kein Hook mehr zur Verfügung. Tatsächlich, Leo, ähm, Ding. Ja, die, die gerade gehuckt ist. Lulu musste ihren Flash benutzen. Das war die Wayne, die gehuckt war tatsächlich nicht. Die Lulu, my bad. Da schlägt der Hook wieder ein. Die hat natürlich auch keinen Flash zur Verfügung. Und somit hat man den Gang dann auf Botlane doch nochmal Wolf gemacht. Ja, das war jetzt hier doch sehr knapp. diesen Gang positiv rauszuarbeiten, wenn der Satz jetzt Sinn gemacht hat. Nee, also sehr schönen Hook von Nautilus schon wieder. Der jetzt hier mittlerweile schon drei Hooks gut getroffen hat auf der Lulu am Anfang. Die haben, glaube ich, so die Pressure im Game aufgebaut. Also diese drei Hooks waren, glaube ich, das Wichtigste im gesamten Game bisher am Anfang. Ja, sie stand auch sehr, sehr aggressiv. Also das muss man auch sagen. Aber natürlich sehr gut gemacht vom Nautilus hier. Dass man das auch gleich punisht, ist ja auch sehr wichtig, was dann die Lane angeht. Und man sieht ja nach, was da, in welcher Richtung das ausgeht. Das wollte ich jetzt sagen. Dass man auf jeden Fall die Pressure hat. Und da ist jetzt die Xayah einfach 3-0 steht. Das ist einfach ein gutes Brett auf der Botlane. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch aufpassen. Wir sehen jetzt hier auf der Toplane, der Truntle hat 101 Farm und die Poppy hat 64. Danke. Also das ist schon sehr, sehr eindeutig. Also nicht so ein bisschen, sondern sehr eindeutig. Deswegen hier sehr gut gemacht vom Truntle. Der Nautilus aber erst mal aufpassen. Lulu Uld ist raus auf dem Hegelriemen. Den macht, wurde hier der Nautilus kurz ein Knock-Up. Und damit hat dann das Zeitfenster doch gereicht, dass man ihn hier killen konnte. Da stand man dann auf der Seite vom Nautilus zu aggressiv. Das hat sich dann gerecht. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem jetzt gibt man auch den Drake ab. Die Xayah hat alleine keine Chance. Und vor allem ist die Sechu, sehen wir gerade auf der Map, auch auf der Top-Seite. Das heißt, der Drake geht jetzt hier sehr eindeutig an ESB, die jetzt mittlerweile schon den zweiten Drake haben. Und nach elf Minuten ist das schon eine Ansage. Ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Da geht es doch massiv Richtung Seele, die jetzt eine Mountain Soul ist, wie wir jetzt gerade sehen. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht für beide Teams. Wenn ich mir jetzt mal so grob anschaue, ein bisschen besser für ESQ. Da ist doch der eine Tank mehr da. Aber der Hikarim jetzt erst mal auf der Botlane. Der Schaden, holy shit. Also massiver Schaden. Das war nicht mal die Ultimate von ihm. Aber sehr schöne Ultimate nochmal hier auf die Syndra. Dann auf der anderen Seite guter Cage. Und da wurde sie einfach outplayed. Ja, da rennt man in den Cage rein und stirbt dann auch noch leider. Und hier auf der Botlane wieder ein guter Hook vom Nautilus. Der bekommt jetzt mittlerweile schon viel Damage von der Wayne, die jetzt sehr viel Attack Speed hat. Also die kriegt ihren Block sehr, sehr schnell raus. Aber es reicht hier überhaupt nicht, um dem Nautilus gefährlich zu werden. Nee, der ist einfach sehr, sehr tanky, wie ich schon angesprochen hatte. Da hat er jetzt aber Heikarim hier, wie gesagt, unzappelt, beultet hier durch den Cage durch. Muss uns aber doch beide, alle vier Hufe in die Hand nehmen. Nicht beide Beine, alle vier Hufe in die Hand nehmen, damit er hier rauskommt. Aber der Harold ist mittlerweile mittig geplaced. Aber der Nautilus hier, sehr, sehr schöner Flash, um hier den ADC zu safen. Er kriegt den Autotext dann nochmal durch. Ist jetzt aber Polymer auf, der kann gerade nichts machen. Jetzt wäre der Hook ungefähr wieder ab. Der ist auch schon wieder raus auf der Wayne. Die muss jetzt hier kiten um ihr Leben. Sehr schöne Stopwatch, der TP ist da von der Poppy. Wie kann man das hier vielleicht nochmal Wurf machen auf Seiten von ESQ? Da müsste man jetzt einen Kill dafür kriegen. Man schafft es nicht ganz. Oh ja, da hat die Wayne aber ganz schön erschrocken vor der Sejuani. Die hätte nicht mal Ult abgehabt, aber trotzdem aus Sicherheit nochmal rausgeflasht. Ja, aber das war hier sehr, sehr gut gemacht von ESB, die eigentlich wenig investiert haben. Sie haben hier nur die Ultimate von Lulu, glaube ich, investiert. Und den Heal gegen TP und einfach vier Mann Botlane. Also das haben sie sehr, sehr gut gespielt. Und vor allem, die Xayah ist ja 3-0. Wie konnte das so eindeutig sein für ESB? Die Wayne war sehr, sehr gut positioniert hier in dem Fight. Deswegen gut gemacht von der Wayne. Ja, auf jeden Fall gut gemacht. Jetzt sehen wir aber erstmal den Welger auf der Topling gegen den Trundle. Er hat da gar keine Chance. Wurde er auf jeden Fall gut low gepokt. Jetzt muss er aufpassen, der ist tot. I guess. Schönes Barrier nochmal. Schöner W hier gut mit der Tower-Agro gearbeitet. Kommt man in Ult range? Nein, da hätte er vielleicht ein bisschen früher ulten müssen. Das hätte auf jeden Fall gereicht. Hat man sich nicht ganz getraut. Letzten Endes noch gut gespielt. Ein bisschen zu aggressiv vom Trundle. Ja, aber der Damage war schon vorhanden. Also war ein guter Damage hier vom Trundle. Der den Welger einfach mit einer Q-Out-Attack. Nein, nicht Q. W ist nur you. Doch, Q. Was meinst du? Achso, vom Trundle. Oh, der Welger wollte es aber nochmal wissen. Das war viel zu greedy, Mann. Das war viel zu greedy, sich da in den Turret reinzustellen. Aber die Sejuani. Vielleicht kriegt die hier nochmal was durch. Sehr schöner Pillow nochmal. Aber die geht hier in die ganz falsche Richtung. Ja. Okay. Dann nicht. Ja, ich glaube, man hätte es hier auch gar nicht probieren müssen. Trundle ist schon sehr, sehr gut dabei mit 134 Farm nach nur 14 Minuten. Also der ist hier, glaube ich, der beste Spieler hier gerade zur Zeit von ESB. Der ist gut dabei. Der hat die Poppy schön klein gehalten und vor allem auch den Biker hier nochmal gekillt. Also da muss man wirklich aufpassen. Den Trundle darf man nicht unterschätzen. Ey, der macht wirklich, wirklich massiven Schaden. Könnte eine tickende Zeitbombe werden für ESQ. Auf jeden Fall. Ich höre gerade, wir kriegen nochmal ein Replay rein von dem Sidestim auf der Toplane. Schauen wir da nochmal kurz rein. Ja, und sehr, sehr guter Pillar jetzt hier auch vom Trundle. Der hat hier einfach die Seju komplett outplayed mit der Vision. Also die hat hier eigentlich gefühlt gar keine Chance durch den Pillar und vor allem einfach durch die Vision. Schöner ging jetzt aber von dem Hickering, aber der wird sofort beantwortet vom Nautilus. Die Ultimate ist drauf, wurde aber hier von der Xayah komplett geblockt durch die eigene Ultimate. Die ist aber polymopft und wird jetzt hier einfach draufgehen. Mittlerweile vier Member von ESBus auf der Botlane. Schöner Hook nochmal, aber da kommt einfach die Syndra E zurück kombiniert mit der Ultimate. Das ist das Leben vorbei für den Nautilus. Und kann man jetzt hier sogar noch weitergehen. Der Welker mittlerweile auch am Start, aber der macht nochmal gut Schaden tatsächlich auf die Wayne. Aber es reicht nicht. Double Kill für die Syndra. Ja, dann ist man vielleicht ein bisschen spät gemufft auf der Seite von Weigar Syndra, aber hier deutlich früher am Start. Dadurch holt man sich den ersten Tower des Spiels und vor allem auch sehr, sehr eindeutig hier auf der Botlane. Ja, das war wirklich eindeutig. Guter Gang wieder von Hickering, obwohl Nautilus das ziemlich gut gespielt hat, muss man sagen. Aber da konnte er dann letztendlich auch nichts mehr machen. Ja, warum hat sie denn hier Tower-Akku bekommen? Sie hat doch nur getumbelt und den Tower-Auto-Tag. Das sind Fragen. Komische Sachen. Und jetzt holt man sich meanwhile den ersten Tower auf der Toplane. Also es steht hier 2 zu 0 in Towern und vor allem auch 2 zu 0 in Drakes. Also es ist doch mittlerweile schon gut für ESB hier gelaufen. Ja, habe ich ein bisschen ein anderes Satzende erwartet. War ich auch, aber es läuft gerade nicht so schlecht für ESB. Tatsächlich kommen gerade gut ran. Aber natürlich ESQ immer noch nicht schlecht am Start. Hier 0-0-4 im Jungle. Toplane ist zwar im Vomfarben massiv behind, aber Poppy skaliert auch ganz gut. Und wir haben natürlich die absolute Winning Botlane. Wenn wir uns nur die Botlane anschauen ohne Jungle, jetzt mal kurz rausgenommen. Mittlane sieht es aber tatsächlich ein bisschen besser noch aus für ESB. Der Hook geht jetzt drauf gleichzeitig mit der Situani-Ult. Aber Lule ultet sich einfach selber, kriegt 200 HP mehr und kann einfach rauslaufen. Sie überlebt einfach diese Double-Ult-Ult-Hook-Kombination. Habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, und da hat man schon wieder sehr viel investiert, um einen Kill zu holen. Und die Lule ist hier doch relativ eindeutig rausgekommen. Jetzt sehen wir hier ein 5 gegen 5 auf der Seite. Schöner Hook hier nochmal. Nein, wir haben eine In-Game-Pause mitten im Fight. Oh, das ist sehr ärgerlich, dass man hier mitten im Fight In-Game pausst. Das von beiden Teams ist nicht wirklich in der optimale Zeitpunkt gewählt. Macht man eigentlich nicht, dass man es mitten im Fight macht. Aber ich meine, es ist wieder die Maus. Hast du gerade den Knockback von der Syndra gesehen? Die hat 5 Mann genockt. Das war sehr, sehr strong. Also ich glaube, dieser Fight könnte ja doch noch relativ eindeutig ausgehen für ESB, die hier viel CC gerade draufgebracht haben auf die Scrolls. Wobei sie einen Member schon ziemlich sicher verlieren. Aber du hast keine Sechu-Ult. Ja, du hast keine Sechu-Ult. Ah, schade. Können wir vielleicht nochmal kurz das Bild sehen, dann können wir das kurz analysieren. Das wäre super. Genau, du hast keine Sechu-Ult mehr zur Verfügung. Nautilus-Ult, ich weiß nicht, ob die auf Codon ist oder nicht. Keine Ahnung, das sieht hier ziemlich komisch aus. Nicht auf Codon, glaube ich. Poppy-Ult hast du natürlich auch nicht mehr am Start. Auf der anderen Seite hast du eigentlich alles zur Verfügung, außer Lulu-Ult. Du hast vor allem auch noch Heal am Start und Cleanse auf der Wain. Das heißt, es kann sehr, sehr gut laufen für ESB. Die Xayah ist hier mittlerweile auch schon sehr low get dropped von diesem einen E von der Syndra. Die auch noch Ultimate und Flash zur Verfügung hat. Genau, also kommt sie vielleicht doch noch raus. Und ich habe hier gerade gesehen, der Timer hat, glaube ich, runtergezählt. Das heißt, wir sind gleich wieder am Start ingame, bevor wir noch einen kurzen Delay eingebaut haben für das Replay. Ja, gucken wir mal. Wir müssen eigentlich gleich da reinspringen. Nein, noch kurz überbrücken sollen wir das kurz... Wegen dem Replay. Wegen dem Replay. Aber das hast du ja noch nicht mitbekommen, weil du immer noch im Karsten warst. Tja. Weil der Replay ist natürlich immer 30 Sekunden vor dem... Jetzt geht aber der Fight erstmal weiter. Die Syndra lebt noch. Auf der anderen Seite ist jetzt mittlerweile Hecarin gestorben. Aber das zieht nach einem Winning Fight für ESB aus. Mittlerweile Double Kill für die Wain. Triple Kill für die Wain. Und ein Kill ist noch an die Syndra abgedrückt worden. Wie wir es angesprochen haben. Sehr eindeutiger Fight für ESB. Ja, wir schauen noch mal kurz ins Replay rein und analysieren diesen Fight ein bisschen besser, weil der war ein bisschen abgehackt. Fangen wir einfach an von der Syndra, die hier eigentlich recht gut flanken kann. Hier mit dem Knockback, den sehen wir noch mal sehr, sehr schön gemacht. Vier Leute genockbackt. Und der Hecarin holt hier den Weiger raus, der jetzt plötzlich mitten im Team von ESB steht. Und die Wain, die geht hier komplett durch. Keiner hat irgendeine Chance an die Wain ranzukommen. Der Trundle spielt hier perfekte Frontal und der Fight war sehr, sehr clean gespielt von ESB. Auch sehr schönes Cleanse von der Syndra, das muss man auch ansprechen. Wahnsinnig gutes Positioning von der Wain. Auch gut von der Lulu gemacht, dass sie da wirklich ganz, ganz hinten steht. Noch weiter hinten als die Wain. Und wenn sie dann vormoved, movt die Lulu quasi hinterher mit ihren ganzen Schilden und Buffs. Gut gemacht, wirklich clean gespielt von ESE Bus. Und somit auch der dritte Drake. Und das soll es gewesen sein für den Weiger. Der kann sich hier nicht verteidigen, macht nicht mal Schaden. Also der Damage von Weiger ist irgendwie noch nicht vorhanden. Der war ja eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Der stand ja glaube ich sogar 1-0 irgendwann mal oder 1-1. Also auf jeden Fall war er relativ solide dabei. Und schauen wir nochmal ganz kurz auf Gold, während ESB hier den Herald macht. Ja, gucken wir es uns an. Toplane natürlich massiver Farmunterschied. Demnach auch 2 Kills auf den Trangle, auf der Poppy nicht. Auch massiver Gold-Lead. Dann erzielen wir aber erstmal hier den Engage auf der Botlane. Hier der Nautilus schon ziemlich, ziemlich low. Die Wain hat hier gut mit dem Clans gearbeitet, hat noch Flash zur Verfügung. Kite das jetzt raus, der Erste ist down. Die Lulu ist immer noch da. Sie schildet hier einfach bis zum Gate nicht mehr. Double Kill hier für die Wain. Das wird der Triple Kill werden. Da ist er auch replayt von der Lulu an der Stelle. Ja, und da ist der angesprochene Damage von Wain am Start gewesen, die einfach die Tanks komplett downmeldet. Also die haben hier überhaupt keine Chance. Die denken sich, oh Gott, bin ich jetzt in ADC oder was? Und die Damage, die ich bekomme. Also sehr, sehr gutes Spiel hier von der Wain und vor allem auch von der Lulu. Ja, wir gucken uns das Ganze nochmal im Replay an. Das hat sie wirklich sehr, sehr gut gekitet hier. Das Clans haben wir jetzt gerade nicht mehr leider gesehen. Sie hat hier wirklich keinen Mana, muss sie nur mit den Autotacks arbeiten. Jetzt kommt das nächste Lulu-Schild, wieder der Attack-Speed-Buff zur Stelle. Und dann ist die Syndra da, kann hier mit einem sehr schönen E die Siljuani stunnen. Und dann braucht sie nur noch zwei Autotacks von der Wain, weil die schreddert ja wirklich jeden Tank gerade. Ja genau, und jetzt sehen wir hier auch gerade den ersten Inhibitor-Tower, den sie hier geholt haben, mit Hilfe des Haralds hier auf der Seite von ESB, die mittlerweile 6 zu 0 in Tauern stehen. Ja, die Syndra musste hier aufpassen, hat hier versucht, ein bisschen zu greedy den Vager zu one-shotten, aber man kriegt hier tatsächlich doch nochmal was aus der Situation raus. Man hat den Vager anscheinend tatsächlich gekillt. Das hätte ich nicht auf dem Schirm. Ich glaube, die Ult hat ihn nicht ganz gekillt, so wie ich es gesehen habe. Deswegen habe ich da auch einfach weitergelebt. Ich dachte nicht, dass sie den killt. Ich dachte ja auch nicht, dass sie den killt. Aber irgendwie hat sie doch noch den Kill bekommen. Also es war hier sehr, sehr knapp, den Kill zu kriegen. Aber Syndra hier mit 5 Kills, also die macht schon viel dämmig. Ja, die macht massiv viel Schaden und damit benotet man sich jetzt tatsächlich. Auf Seiten von ESE Bus mit dem Nash. Ziemlich easy, uncontested. Sieht sehr gut aus für sie. Ja, und vor allem hatte man hier auf der Seite von den Skrulls gar keine Vision. Also die Vision war hier nicht vorhanden. Und ESE Bus rennt hier doch gut rüber mit 13.000 Gold. Difference bei 21 Minuten und 3 zu 0 Drakes und vor allem auch 6 zu 0 Tower. Also die sind hier sehr, sehr gut dabei. Ja, da hat der Early Lead von der Xire doch tatsächlich gar nicht mal so viel gebracht für ESQ. Da hat man nicht viele... Oh, das ist unglücklich. Das ist natürlich sehr unglücklich, dass sie da... Der Hook, Close One, dass sie da in den Capes ganz knapp noch reintumbelt, ist sehr, sehr bitter. Und dann ist es natürlich nur noch Formsache. Da macht selbst der 1.5 Wager schon massiven Schaden. Hat jetzt sein Hextech und GLP schon zur Verfügung. Von daher, der Hook ist natürlich noch unluckierer als der Tumble von der Wayne. Jetzt muss die Lulu ja erstmal aufpassen. Die stirbt genauso. Nein, kommt jetzt nochmal mit dem Flash hier raus. Der Hikarim ist auch zur Stelle. Konnte sich hier nochmal gut selber schilden. Und hier, die Sejuani tatsächlich war es. Ich dachte kurz, das wäre die Xire. Polymorphen kommt nochmal aus der Situation raus. Und was viel wichtiger ist, der Trundle ist gerade am Nexus-Turm. Ja, der rennt hier komplett durch. Holt sich, glaube ich, hier sogar den ersten Nexus-Tower, weil einfach das gesamte Team von ESQ hier auf der Midland war, um sich hier den Catch auf der Lulu zu... Schöner Flash nochmal an der Stelle. Das restliche Team ist jetzt in der Midland. Jetzt muss es eigentlich nur noch darum gehen, dass sie hier Zeit rausholen. Und das macht er sehr gut. Er lebt hier. Insane, die lange, kriegt sogar noch einen Kill raus. Der lebt immer noch. Was ist das denn für Leicht? Oh, auf die... Eieiei, jetzt ist der Shutdown. Ich habe gerade kurze Yasu-Flashbacks gekriegt. Ich habe auch. Ich dachte jetzt, der holt hier einfach nochmal mehr Kills raus. Aber er hat so viel Zeit rausgeholt und vor allem auch die Sichuanie gekillt, dass man hier vielleicht einfach den Nächsten in Hip-Tower holen kann. Oh, der Schaden von der Syndra gerade auf dem... Ja, Vega. Mir ist kurz der Name entfallen. Lust an der Stelle. Ja, wahnsinniger Schaden von der Syndra, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Und der Drake, der vierte Drake, die Mountain-Seele, ist in drei Sekunden ab. Ja, und ich glaube, da hat man auf der Seite von ESQ wenig Chance, den zu contesten. Man muss hier den Nächsten Nexus-Tower defenden. Also man hat hier nur noch den Nexus-Tower und den Midland-Inhip-Tower. Deswegen... Und das war sehr, sehr komisch hier gerade das Cue. Aber nochmal mit dem Flash-Engage hier gegen den Toten-Tower. Aber das sollte nicht reichen für die Poppy. Nein, es reicht nicht. Jetzt wird man hier aber komplett gewonshotet auf Seiten von ESE-Buscht. Sehr schöne vier Mann-E-Kombination hier nochmal von der Syndra, um hier Schlimmeres abzuwenden. Aber der Hekarim und ich glaube, der Trundle sind die... Ohohoho, Syndra! Komplett am Reinsmurfen, wunderschön gemacht. Aber die Sejuani, die ist jetzt pisst. Die will das nicht auf sich sitzen lassen. Der Hekarim springt da nochmal hinterher. Der Weger, tot! War das predicted. Ich will es danach im Replay nochmal sehen mit der Wish. Da war ein Wort, da war ein Wort. Wenn das predicted wäre, dann wären das gerade die 10.20 Sekunden von der Syndra gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt holt man sich hier den nächsten Tower und wahrscheinlich sogar das Game. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand was gegen den Trundle machen kann. Also es kann niemand was dagegen machen. Der hält sich eh bis ins Unendliche. Muss hier nicht mal anfangen, die Gegner zusammenzukloppen. 19 zu 4, äh 19 zu 9. Die Seele hat dich wieder in den R Untertitelung des ZDF, 2020